Heute Morgen hat der DAX gleich mit einem Gap nach unten aufgemacht und zwar gar nicht so wenig. Viele haben noch gesagt, ja die 16.000er Marke, die ist doch noch spannend. Ja, das hat sich dann wohl doch ergeben, dass es erstmal nicht so sein sollte. Danach ist der Kurs noch ein bisschen weiter gefallen, kommt aber jetzt so ein bisschen und stürt damit die Hoffnung auf wieder steigende Märkte. Also dass es noch deutlich weiter nach oben geht. Ist da was dran, ist die Chance ganz gut. Wir wollen uns mal ein paar Indizes angucken, unsere Lieblinge für den Nachmittag im Update und mal schauen, wie das aktuell da aussieht. Im ersten Blick muss ich sagen, finde ich zumindest mal diese Bewegungsrichtung super, die wir haben hier auf einer recht steilen Aufwärtsrichtung anschließend sowas hier. Das schreit eigentlich danach, dass die Abwärtsseite eher die schwächere Seite ist, zumindest mal, wenn dieser Mechanismus verlassen wird. Also sprich, das Zwischenhoch, was wir hier haben. Jetzt mache ich mal meine komische Zeichnung hier raus und machen wir es mal ein bisschen sauberer. Also das Hoch, was wir hatten am 13. Januar, das ist etwas, was wir im Hinterkopf haben sollten, als einen möglichen Trigger für die Longseite. Also sprich, dass da noch mehr geht. Ja, das Ganze steht so ein bisschen unter dem Gedanken, naja, die beiden überschneiden sich aber. Also so richtig, ganz perfekt ist das nicht. Das hätte ich besser noch gefunden, wenn der Punkt tiefer gewesen wäre. Dann hätte man nämlich gesagt, wieso, das ist das. Fertig und jetzt geht hier das Neue los. Haben wir aber leider nicht so exakt. Trotz alledem, diese Marke würde ich mir mal merken hier, denn wenn der Markt da drüber hinausgeht, ist das zumindest vorläufig erstmal ein relativ bullisches Zeichen. Insbesondere, wenn die Bewegung nach oben hier recht stark ist und höchstens von schwachen Abwärtsbewegungen geprägt ist. Ich muss allerdings sagen, wenn ich im 15-Minuten-Chart hier aktuell mal gucke, dann fällt mir auf, dass die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, schaut mal hier, die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, ja auch wieder ganz schön viele Rücksätze hat mit Überschneidung. Also so richtig glücklich bin ich mit der bullischen Seite beim DAX noch nicht oder die Marktteilnehmer sind es nicht. Auf mich kommt es nicht darauf an, aber wenn ich das angucke, das ist noch nicht so richtige Begeisterung. Kein Grund jetzt zu shorten. Shorten wäre vielleicht was für Fortsetzungsfreunde, wenn der Kurs jetzt hier diese Zwischentiefs bricht, mit Tiefs, die hier drunter liegen oder vielleicht sogar weit da drunter liegen, aber irgendwie sowas in der Richtung. Also das alternative Bild sähe dann in etwa so aus, dass wir hier vielleicht irgendwie sowas noch bekommen. Was immer noch per se korrektiv wäre, solange er nicht dann irgendwann beschleunigt runter geht, beziehungsweise solange es nur wackelig nach oben geht. Das klingt immer ein bisschen doof, wenn ich dann sage, ja klar, wenn es dann beschleunigt runter geht, ja logisch, wenn es runter geht, dann wissen wir, dass es runter geht. Worauf es mir darauf ankommt, ist die Art und Weise. Das heißt, wenn ihr jetzt auf einer Long-Suche seid und der macht das, vergesst das mit der Long-Suche. Wenn der Markt jetzt noch ein bisschen runter geht, kontert aber mit einer starken Aufwärtsseite, dann ist die Long-Idee wieder aufgelebt. Also entscheidend ist dann, ist das hier ein toller Anstieg oder ist das dann wieder nur so ein komischer Wackelpudding, den wir dann hier haben. Also, wie ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, hier mal drauf zu gucken. Mindestens genauso wichtig ist, nach Amerika zu gucken, wie es denn da aussieht. Die Amerikaner, fangen wir mal mit dem Dow Jones an hier, auch sehr, sehr schwach. Was die Richtung angeht, im Moment überhaupt kein Kauf. Allerdings noch ist das durchaus denkbar, dass das korrektiv ist. Nur viel tiefer darf er dafür nicht mehr gehen. Um das hier noch als einen sinnvollen Trigger hier zu benutzen, ist es eigentlich sowieso schon zu spät. Also wenn, müsste man dann eher hier versuchen, irgendwo Long zu gehen, wenn der Kurs das hier wieder macht. Allerdings, da wir jetzt schon so weit runtergegangen sind, dass insgesamt und auch hier im Übergeordneten, ihr erinnert euch an die Skizze, die ich hier mehrmals schon eingezeichnet habe, habe ich den Eindruck, dass die Aufwärtsbewegung eigentlich sowieso nicht so die richtige ist. Denkt immer dran, so ein Rücksetzer, so ein Rücksetzer, das überschneidet sich wieder tiefs und hochs. Boah, weiß ich nicht. Ist nicht so der Burner. Aber das heißt umgekehrt, wenn der Markt jetzt hier nach starken Abwärtsbewegungen irgendwie was Wackeliges hoch macht, hier ist wackelig hochgegangen, hier ist wackelig hoch, hier geht es jetzt wieder wackelig hoch. Achtet mal drauf, ob ihr da nicht einen Trigger findet für nochmal, zumindest ein bisschen die Fortsetzung. Das ist jetzt das Doofe. Kann ich jetzt hier reingehen mit der Erwartungshaltung, dass es auf 33.000 runtergeht? So was hier ist überhaupt keine Ankündigung für so eine Bewegung. Das ist eher aus dem Großen. Es wäre ja so schön, wenn man sagen könnte, komm, riskiere halt mal 10 Punkte und du weißt, du kriegst 1.000 oder 5.000 oder wie viel auch immer. Leider ist es nicht ganz so schön an der Börse. Wenn das immer so einfach wäre, wäre es leicht. Aber wenn wir das hier bekommen, dann ist das und das getriggert wird, also hier Zwischentiefs eben getriggert werden, also A, B, C, steigende Tiefs, steigende Hochs, leicht gestiegen, aber immerhin, dann ist das ein Trigger für die Short-Seite. Dann ist so ziemlich das Mindestziel erstmal, dass wir dieses Tief nochmal reißen, sprich, dass wir dieses Tief reißen. Und in Anbetracht der übergeordneten Situation finde ich es nicht so schlecht, dann zu sagen, muss man hier schon Gewinne mitnehmen, dann lass es halt laufen im Zweifelsfall. Stop, einigermaßen zügig nachziehen auf den Einstieg und dann sagen, wenn es jetzt wirklich weit fällt, dann gewinne ich ordentlich. Wenn ich Pech habe, verliere ich halt das wieder an Buchgewinn, komme also so halbwegs Null auf Null raus, ja, habe nichts gekonnt, aber ich hatte die Chance auf einen relativ großen Gewinn, wenn der Kurs jetzt wirklich beschleunigt, dann da unten nochmal wegknickt. Denn die Gefahr besteht nach wie vor, dass der Markt nicht so richtig in Kauflaune aktuell gerät. Beim ES, also das ist der Future auf den S&P 500, hier der Märzkontrakt natürlich, das ist das aktuelle Ding, ist es grundsätzlich das Gleiche. Immer wenn ihr so eine A, B, C, dreiwellig ist immer A, B, C, da sagt man dann nicht die Zahlen, sondern die Buchstaben. Ganz kurz, Buchstaben werden häufig für die Korrekturen verwendet, so machen es die Elliot-Wellenfreunde, und die Zahlen werden für Impuls, also Haupttrendrichtungen verwendet. Da das dreiwellig ist hier, sagt man dann A, B, C, also sprich Korrektiv, das wäre gegen den Trend, und dann quasi die gleiche analoge Überlegung, das was wir vorher hatten. Ihr seht aber auch, dass das nicht immer zwangsweise, wenn ihr dann den Stop so eng nachzieht, dazu führt, dass man da Gewinne macht. Also jetzt hier gesagt, da sind wir jetzt hin, da ziehe ich jetzt den Stopp auf den Einstieg, so rum nach, dann wäre man hier wieder rausgeflogen, nachher wäre man doch drin. Alternative ist, man sagt, naja gut, ich riskiere halt meinen Betrag, 10,50, 100, je nachdem, was eure Risikogröße ist, und lasst es so, das könnt ihr natürlich machen, erhöht eure Trefferwahrscheinlichkeit enorm, aber ihr macht halt dann etwas häufiger auch negative Trades, als in dem anderen Fall, wo ihr dann sehr, sehr häufig entweder gar nichts verliert, oder nur ein ganz bisschen, allerdings dann auch häufig keine echten Gewinne. Das ist dann also für die, ich sage jetzt mal böse, die Schisser, die sagen, ach Gott, ich vertrage das nicht, wenn ich mal einen negativen Trade habe, ja, dann ist das eine Möglichkeit, man ist zwar leider nicht so häufig dann auf der Gewinnerseite mit dabei, aber zwischendurch dann mal schon, wer da etwas offen oder freigiebiger ist und sagt, naja gut, im Zweifelsfall, ich riskiere halt meinen Betrag, wie hoch da auch immer sein mag, ja, dann erhöht man die Chance natürlich. Also aktuell aufwärts, ich weiß es nicht, so richtig Begeisterung ist nicht da, wobei eins fällt mir noch auf beim S&P, wir haben zumindest, um wenigstens ein bisschen eine Chance mal auszudrücken hier, im Moment hier etwas, was einige, naja, so schön ist das auch nicht mehr, wir sind nämlich da eigentlich auch schon durch. Also, noch würde ich sagen, das ist kein zwingender Bruch, aber Vorsicht, das ist jetzt etwas, wo man sagt, ich habe dich im Auge, ja, lass dir, erlaube dir nicht mehr zu viel. Das sind alles so Anzeichen, die eher für die Abwärtsseite sprechen. Und diese Linie ist jetzt nicht sagend im Sinne von, oh, guck mal, die Linie und das ist jetzt der absolute Beweis. Ich weiß aber, dass viele Marktteilnehmer auf solche Linien gucken. Zumindest diese, wie viele es auch immer sein mögen. Das können 10 Prozent sein, kann 5 Prozent sein, können 20 Prozent sein, wie viel auch immer. Es gibt ja viele, die auch fundamental gucken, die gucken auf solche Linien gar nicht. Vielleicht sind es auch nur 5 Prozent. Aber diese 10 oder 5 Prozent werden in dem Moment nicht mehr so sehr auf die bullische Seite gucken, sondern sagen, Mensch, das Bild hat sich jetzt geändert. Das heißt, ein Teil der Marktteilnehmer ist jetzt vom möglichen Käuferlager, wechselt gerade, wenn der Kurs hier durchgeht und vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer gehen sollte, wechselt in die andere Richtung. Das heißt, es ist eher gewillt zu verkaufen, entweder um Gewinne mitzunehmen, die man hier irgendwo noch gemacht hat, oder um eben die Short-Seite aggressiv mitzunehmen. Also, ihr seht, das sind häufig so Kleinigkeiten. Viele glauben immer, dass das Traden immer, alle machen das Gleiche und sowas. Nein, es sind kleine Nuancen, die nachher für den Bewegungsunterschied sorgen. Und das will ich euch so ein bisschen mitgeben an der ganzen Geschichte. Mitgeben will ich euch auch noch abschließend den Nasdaq, beziehungsweise auf den Russell können wir auch noch mal ganz kurz gucken, Russell, Entschuldigung, Nasdaq jetzt hier als Future natürlich, den Nasdaq 100, ebenfalls jetzt nicht in bester Laune, allerdings noch nicht hier auf der neuen Tiefseite. Das heißt, mit einer gewissen Restchance, dass es da noch mal nach oben geht. Ich muss allerdings sagen, überzeugend sieht das aktuell auch nicht aus. Also, glücklich machend scheinen die Märkte aktuell nicht zu sein. Das sollten wir mal für den Hinterkopf uns behalten. Das können wir nicht wirklich sagen. Also, übersichtlich motiviert, was wir da aktuell von der Marktseite sehen. Jetzt gucken wir uns zum Abschluss noch mal den breiten Markt an. Also, nicht so die geschönten Indizes, die sehr stark von Tesla, Apple und Co. abhängen, sondern wirklich von der Masse der Markttitel, so muss man sagen. Und da sehen wir ja noch mal hier das letzte Jahr eigentlich überhaupt nichts passiert. Keine Gewinne, keine Verluste, eigentlich nur Seitwärtsbewegung seit einem Jahr. Leicht jetzt hängend, wenn wir mal so gucken, hier ist Februar oder Januar, das Mitte Januar ist hier, das ist ziemlich genau. Seit Mitte Januar letzten Jahres bis jetzt ist exakt nichts passiert. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen, so ungefähr. Aber aktuell immer noch in dieser Abwärtsbewegung. Und mich würde es nicht wundern, wenn der breite Markt jetzt hier, nicht getrieben von einigen wenigen, aber der breite Markt eben da noch ein bisschen mehr Platz nach unten noch mal nutzen würde. Das wäre nicht außergewöhnlich. Stichwort auch hier so ein bisschen die Fibus im Auge behalten, damit wir so eine Größenordnung in etwa haben. Die 38er Marke bis dahin gemessen oder bis dahin, das macht nicht viel aus. Ungefähr bei 1890 oder 84, also bitte jetzt nicht so auf die 84 jetzt gucken. Das kann auch 90 sein, kann auch 60 sein. Irgendwie was aber im Umfeld dieser Marke 90, 60, 90 sollte man sich merken. In diesem Bereich ist etwas, womit man vielleicht rechnen kann, dass es noch mal spannend wird. Also die magischen Zahlen scheinen hier vielleicht noch mal spannend zu werden. Also vorläufig wohl noch nicht wirklich die Kauflaune da. Achtet auch hier darauf, wo habt ihr die starke Bewegung, wo habt ihr die vermeintlich wackelnde. A, B, C ist Stichwort Nummer 1. Das zweite Stichwort ist mehrfach hin und her wackelnd mit vielen Kursüberschneidungen. Hier haben wir jetzt so was, da würde man sogar sagen können, ist das eine 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 irgendwie. Aber es ist überschneidend und dementsprechend ebenfalls überschneidend ist kein gutes Zeichen für eine Haupttrendrichtung. Dementsprechend nicht so der Burner. Mal gucken, was hier als nächstes kommt. Ich hoffe, ihr werdet es nutzen können. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.